Musik 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 Als Kundenberater oder als Coach bei Intersport ist es ganz wichtig, dass man Menschen gern hat. Kunden, die hereinkommen, die legen sehr viel Wert auf Beratung, auf Fachwissen und auf Service. Der Mitarbeiter muss mitbringen, natürlich Leidenschaft für den Sport im Einzelhandel. Wenn man verkauft, muss man Menschen gern haben. Musik 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 Musik